Ich hab auch an. Bin ich jetzt im Fernsehen? Hast du jetzt ein Video vom Spielbitt oder was? Ja, halt das hier im Auge. Genie, wenn du dir was zu essen machst, mach mir mal was mit, ey. Hm, ich brauch auch mal was. Aha. Boah, was war das denn für einer, Alter? Wasch der mich weg. Ich wasche im Keller. Die Gegner hat Zielobjekt erbeutet. Halte sie auf. Ding, ding. Kotze. Fax hast keine E. Free Fire. Guck, der erste war schon. Aber einen hast du ziemlich gut. Egal, der Sadois ist ziemlich gut, den kenn ich zufällig. Ich versuch dir das mal beizubringen, wie ich das mache, mit Schritte zählen. Weiß nicht, Ivo macht... Ja, ja. Unlimited. Wow, hinter uns. Alter, sind schon wieder alle oben? Alter, voll am Waschen. Wolltest du den dahinter eigentlich töten? Eins hab ich gemerkt, wenn sie auf Video aufnimmt, wird sie ja immer besser. Hm. Aber die blamieren uns hier voll. Ja. Hinterher sagt das, ey, Kini voll gut, ey. Rest. Boah, wieder Keller-Rush. Also ich renne hier weg. Kini, wo bist du? Ey. Ey. Dieser D... Dieser Toys... Der macht nur Headshots. Ja. Oh, der geht ab. Oh nein, mein Maus-Head. Ohohoho. Die sind aber übel, die Typen, ey. Die sind aber übel, die Typen, ey. War ein bisschen anstrengend. Si no n was... Jaaa... Kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht... im Ernst Hochbach hier und selbst in die Einmalung weil es so hässlich man guck mal ob ich die jetzt mal rutschen kann ich treff nix ne ich auch nicht Ich komm da gar nicht zu. Ah, komm, geil, er geht mir direkt. Keine Chance, keine Chance. Ich brech das Video ab. Warum machen wir immer bei so welchen Videos? Hätten wir nicht gerade Videos machen können? Ja, jetzt kriege ich hier so einen super Clan, Alter, was kriege ich? Nicht mal einen Disconnect. Ja, lol, ich geb mir mit meiner eigenen Nade. Aha, Hacker. Das ist hundertproben Hacker. Die geben nur Headys. Ja. Ich meine, schlecht spielen wir gerade nicht, aber... Guck mal, du bist der letzte Überlebende, ja? Anstatt, dass er sich einfach das Objekt holt. Nein, läuft der Keller raus, um Kinds zu machen. Ey. Boah, ne, Alter, der gibt nur zwei Schüsse ab, du bist tot. Ja, guck mal. Ich werde auch zu hundertprozentig, er weiß jetzt zu hundertprozentig, wo ich bin. Ja, bringt auch nichts für die Rushen zu viel, du hast keine Chance. Und Headshot. Und Headshot. Alter, wie die's wissen, ey? Unsere Einheiten wurden eliminiert. Ne, ich flieg genau zu mir, wo ich in die Ecke campen will. Die Feindbewegung der Autos. Wir halten sie im Auge. Ja, jetzt... Ich anfange zu flächeln. Schau, es sei. Ja, komm, erzähl mir, was du willst. Kinney, lauf! Kinney, lauf! Ich will hoffen, du hast die Aufnahme gestoppt, oder? Mann, der läuft einfach hinterher. Der kommt schon gleich, Kinney. Die Gegner hat Zielobjekt erbeutet. Haltet sie auf! Beschissen. Man kann auf deine Arme schießen. Ja, da kann man auch durchschießen. Ja. Ja. Hast du's gemerkt? Der kommt direkt. Klettern mit dem Dauerfeuer. Ja, der Free Fire schießt er schon, ey. Bissin auffällig ist er schon. Und du hast dich schon ziemlich ungewöhnlich hingestellt. Ja. Aber... ...ist dann's halt mittendrin. Normalerweise guckt man erst in die eine Ecke da beim Haus. Ja, die rushen uns jetzt bestimmt weg in Defense. Hecker down. Wir haben das Zielobjekt gesichert. Sascha warte, lass mich dann. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Ja. Der Film ist ja schon zu Ende. Grünes Licht. Zugriff. Alter, ich werf deine Nate in der Wasch. Einfach ruhig. Nice, Hugo. Nice, Love, Hugo. Ja, komm. Mission erfolgreich. Alle Gegner wurden eliminiert. Ja. Die haben bestimmt ne Waffenreparatur. Das ist ja übel. Zehn Objekt lokalisiert. Grünes Licht. Zugriff. Die Fans sind so schlecht, ja. Werfe Granate. Brauch mal grad Hit, ey. Steh mal kurz auf. Hecker down. Boah, ein dreckiger Rusher, man. Der hat kaum noch HP. Aber wie schnell explodieren die diese scheiße an, Nate? Base, Diego, Base. Boah, Kenny, der tankt aber. Hier hin, der hat nix mehr. Der hat nix mehr. Was? Der... Der ist in der Ecke, der ist in der Ecke. Rechts, rechts, rechts. Nice. Also, wie der getankt hat, das sei ja unnormal. Ja. Aber trotzdem. Sobald der Deutsch Typ down ist, schaffen sie nix mehr. Ja. Der Arnold ist ganz gut noch, aber... Ja, der Deutsch ist down. Alter, wie schnell der mir die HP rauszieht. Ey, das ist... Ah, das siehst du jetzt sagen, so wie am Rückgang. Nimmst du noch auf? Okay. Also, wenn wir die jetzt noch ziehen, das wäre unglaublich. Granate fliegt! Werfe Granate! Oh! Oh! Wie schnell, Alter! Kommt runter! Base! Geist, Sascha! Hä? Achso! Du warst hinter mir! Ich dachte gerade, warum kippt der rum? Ich hab doch mehr als 6 Kills! Nein, nicht! Wow! Mann, Alter! Diese Flamendinger! Wie schnell die explodieren! Jetzt wird's gerade erst aufgekankt! Ja! Jetzt hab ich sie mit ihren eigenen Waffen geschlaut! Ah! Full Flash! Oh! 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 Den machen sie nämlich nicht mehr raschen! Oh! Ooh! Mach mal Status slack zurück! Ah, sieh. Ja, da hat's sehr viel gefressen. Ah, der ist leicht angehütet, der Verdix. Der ist in der Mitte. Keller. Ja. Oh. Der ist dann hinziehen, du musst ein bisschen rüberspringen oder so. Ah, geil. Geil, Leute. Oh, ich lebe noch. Das sind zwei Stück. Ah, der wird... Kann man durch diese Kirche, durch den Turm durchschießen? Nein. Durch die Ecken mit den MG, ja. Ja, mit den MG, ja. Kommt, Leute. Diese Runde noch. Ja, dann laufe ich hinter Kini. Wenn sie verreckt, hab ich die MG damit nicht oder so. Probe mal. Ja, da war das mit den MG. Ich wollte gerade von hinten kommen. Wir lagen sieben, zwei lagen wir hinten. D. Ja. Vielen Dank.